Magisches Schloss Oh, oh, ist das anstrengend! Barbie, Barbie, komm rein! Valeria, warum sind wir hier in der Werkstatt? Ken hat eine Überraschung für dich. Ken, du hast Besuch. Oh, super! Barbie, möchtest du mich heiraten? Was sagst du? Ich hab dich nicht gehört. Ken, was sagst du da? Ich hab gefragt, ob du mich heiraten möchtest. Versteh nicht, warum fragst du mich das hier? Oh, wieso hörst du mich denn nicht richtig? Naja, möchtest du mich heiraten? Wir können einen Hochzeit planen. Alles fertig machen. Was? Kannst du das nur hier machen? Hier! Ich versteh das Problem nicht. Ich hab dich doch gefragt. Und wir lieben uns. Ken, geht's dir gut? Das kannst du doch nicht hier machen. Okay, es tut mir leid, Barbie. Na gut, aber wo ist mein Ring? Ring, Ring. Ah, okay, ich hab ne Idee. Hier ist dein Ring. Und wir gehen später zusammen einen neuen kaufen. Hier hast du deinen Ring. Das kann ja nur schief gehen. Hallo, ich brauch einen Automechaniker. Oh, ich muss los. Ich ruf dich später an, Barbie. Hallo, oh, ich seh, dein Auto rattert ganz schön. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, das wird nicht gut gehen. Oh, das ist ganz schön viel Arbeit. Komm mit. Nein, was wird denn jetzt aus der Hochzeit? Ich muss sagen, sie sind ganz schön gut gestylt. Ich kann nicht glauben, dass du das machst. Was machst du, Barbie? Das ist mein Verlobter. Oh, du bist blöd. Nein, lass los. Oh, was ist denn passiert? Ken, bring sie auseinander. Sofort. Ah, das tut weh, das tut weh. Hört auf, euch zu streiten. Erst fragst du, ob ich dich heiraten möchte und dann gehst du mit einer anderen. Das ist nicht fair. Das ist eine sehr schlechte Autowerkstatt. Was ist denn auf einmal mit Barbie los? Ken, was verstehst du denn nicht? Ihr seid erst gerade verlobt. Das kannst du nicht direkt danach machen. Was soll ich denn jetzt machen? Mach vielleicht was Romantisches. Oder mit Blumen. Komm, dir fällt schon was ein. Hm, am besten im Park. Super Idee. Bis gleich. Aber warte, du willst doch nicht etwas so gehen. Du musst dich erst mal sauber machen. Du bist voller Öl. Jetzt können wir losgehen. Na los. Was machst du denn da? Ich mach ein Herz für Barbie. Ken, vielleicht singst du ihr eine schöne Ballade. Das wird dir bestimmt gefallen. Dann gibst du ihr eine schöne Rose. Okay. Oh, ich sehe eine. Ken, mach dir keine Sorgen. Barbie kommt noch nicht. Du hast noch etwas Zeit. Hallo. Wieso sollte ich herkommen? Danke, Barbie. Ken wollte dich um Entschuldigung bitten. Das möchte ich nicht. Ich gehe lieber. Oh, meine liebe Barbie. Ich habe so lange auf dich gewartet. Bitte vergeb mir. Okay. Ich kann es mir doch anhören. Ich möchte dich heiraten. und möchte, dass du meine Frau wirst. Prima machst du das, Ken. Prima. Ich habe ein Herz für dich gemacht. Ist das schön. Jetzt könnt ihr bald heiraten. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Die zeige ich dir gleich. Oh, wow. Das ist so romantisch. Ich möchte kein Geschenk. Nein. Oh, das lief wohl nicht so wie geplant. Hey, Barbie. Gehen wir ins Kino? Ja, sehr gerne. Oh. Wie konnte das denn passieren? Da bist du leider etwas zu spät, Ken.